Halleluja, ich bin euer Kenny und ich bin ja bald am 29.03. bei euch in Bad Sägeberg. Schön, dass da wir viel Spaß haben. Eure Coaches sind ja jetzt gerade bei uns in Berlin und wir sind beim Special Coaching. Wir mussten schon ganz, ganz viel arbeiten und schwitzen. Und jedenfalls werden wir bald bei euch einen Workshop geben. Eineinhalb Stunden Kids und drei Stunden für dieses Dance Club. Und wir werden so viel Spaß haben und so rocken. Ah, hallo, genau. Der Dance Club will burnen. Das letzte mal lieber Chef gesagt hat, der trifft die Soße. Wir sehen uns bald. 29.03. Seid dabei. Es ist noch was. Bis bald. Yeah.